Beim FC Südtirol läuft es zurzeit wie geschmiert. Sieben Spiele ungeschlagen, im besten Lauf der gesamten Liga. Für uns ein Grund, den FCS-Kickern einen Trainingsbesuch abzustatten und ihnen bei der täglichen Arbeit über die Schultern zu blicken. Wie locker die Atmosphäre beim Tabellensechsten ist, zeigt es sich rasch, als Fabian Teit sich spontan das Miko schnappte und in die Reporterrolle schlüpfte. Er fand den Kapitän Hannes Fink seinen ersten Interviewpartner. Hannes, du hast Sonntag nicht gespielt und du bist verletzt. Wie geht es dir denn so? Es freut mich mal, dass du enteiltest und dich schaffst, die Sprung zu stellen. Das ist wirklich ins Bergs. Mir geht es schon besser. Ich hoffe, dass ich mich diese Woche noch besser hole und dass ich am nächsten wieder voll mit der Mannschaft mit trainieren kann, sodass ich im Salah wieder fit bin. Spielst du dann sicher? Nein, ich hoffe, dass ich dann wieder fit bin. Dann schauen wir, ob ich spiele oder nicht. Nächste Frage, was sagst du zum Trainer heute? Ich glaube, er macht eine super Arbeit. Für seine Eltern ist er schon extrem reif und hat eine brutale Persönlichkeit und Charisma. Ich glaube, dass wir ihm zu 100% vertrauen und dass man das, was ich im Feld drin sieht. Und wer ist dein Lieblingsspieler? Ja, mein Lieblingsspieler ist halt zu ihren wirklich alle gerne. Ich bin ja alle Schäuhe und bin. Das war das so. Ich bin ja alle zulie. Ach, also das war ja so. Aber alles ist wiederum zumal. Also verablauf-liat.